Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Sissi und Franz. Ich komme gerade zurück von meiner Eisentour. Und der Alu da drüben ist mir zu nah. Achso, ja, ich habe die Fackel noch drauf, egal. So, kommt sie ja jetzt, was? Ja, ich stelle es sich mal daher. Ich pull das noch und dann kümmere ich mich um den Alu. Metal, all, pull. Dann, saubermanns, lint. Lint. Zack, 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 pull. Sparkboarder tun wir da dazu, oder? Oh Mann. Gut, dann Stein haben wir da. Stone. Nein, genau dazwischen. Eins, zwei, drei. Cool. So. Dann schauen wir kurz noch, ob die jetzt leer sind. Ah, da haben wir noch Papierchen. Leer. Auch leer. Gut. So. Das gehört da auch noch rein. Ich möchte jetzt nach unten. Jump up. Autsch. Hm. Normalerweise gehe ich die ja weglocken. Aber es schaut so aus, als wäre es nur einer. Schauen wir uns das Level mal an. Warte mal. Level. Da haben wir ihn. Oh, ist schon hier. Da kommt eh nach. Oh, ist schon hier. So. Damit hätten wir den Alu gefuttert. Und das war knapp. Wir werden jetzt mit dem Gali bis zu meiner Hütte kommen. So, wo sind die anderen beiden dazugehörigen? Keine Alus? War der Skull unterwegs? Ah, drei Stück. Na, danke. Er hat mich mit seiner Feist-Attacke. So. Wie das für ein komisches Gehirn. Ah, da ist noch was. Und noch sein Gehirn. Und da ist das dritte. Ah, der hat sogar mehr. Nehmen wir. Nehmen wir. Der Rest kann da bleiben. So. Du hast acht Level. Dann gehen wir dir noch einmal. Und ein bisschen da. So. Das tut dann zumindest deine normale Speed. Quasi. Unten hält man Lootstrahl mit Klingel. Okay. 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 Ich würde sagen, den holen wir uns mal. Ich freu mich an einen Stigo-Sattel raus. Okay. Ich will keine Stigo. Okay. Gut. Das sind auch wieder Globprinz, die die Welt nicht braucht. Komm, mach die Kröte fertig. Komm, mach die Kröte. Komm, mach die Kröte. Komm, mach die Kröte. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Ich bin nicht nur da. Alles friedlich? Okay. Gut, ich gebe zu, es macht auch mal Spaß, mit sowas rumzuretten. Einfach mal schnapp-schnapp zu machen. Ja, der Wasserfall ist auch schön. Oh, ich bin beinahe noch okay. Du bist nicht zufällig ein Einhorn, Mann. Oh, ich bin beinahe noch okay. Okay, Pferde zu pressen ist gar nicht so einfach. Habe ich zufälligerweise das drin? Ne, habe ich nicht. Stamina regenerieren lassen. Und dann können wir nachher. Also, ich bin beinahe noch mal. Oh, ich bin beinahe noch. Oh, ich bin beinahe noch mal. Oh, ich bin beinahe noch mal. Du kannst dich ja hier aus dem Futterdruck bedienen. Okay, gut. So, turn on. rein da. Da kommt das Gammelfleisch rein. rein. Da kommt es rein. Genau, das reicht dann wieder. Blueprints und das Zeug kommen da rüber. Das. 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 Okay, dann kommt es da nach hinten. So. Da kommt es da rein. Und da drehen wir mal auf. Da kann man auch was reinhauen. So. So. Alles weg. Gerade im Schafstall. Hoffentlich gefällt es ihm da. Genau. So, alles weg. Genau. Und jetzt können wir da drüben dann weiter bauen. Also da brauchen wir Dreiecke, haben wir gesagt. Genau. Und eins, zwei. Okay. Einmal linkes, einmal rechtes Dreieck. Ah. Kraft. Kraft. Einmal, zweimal. Und davon. Kraft. 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 So, jetzt ist die Frage, welches brauchen wir denn? So, und da brauchen wir noch zwei, Glas, Kraft, Kraft, immer mal ein paar Sekunden Zeit zum Einschmelzen. So, und dann nehmen wir die hier. So, drei, vier, fünf, eine fehlt mir noch, und dann kann ich die Durchlässigkeit ausfüllen, beziehungsweise die Modelle. Also, einmal für Kraft. Da fehlt's. So, ich würde gerne einfach nehmen das hier. Ja. Schaut das aus. Boah. Okay. Select model. No sides. Done. Select model. Ja, das ist blöd. Gut. So könnte man's machen. Und da auch eine Seite A, B oder C. Okay. Let's see. Eine Seite A, C. Okay. Okay. Da, 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 da. zwei Seiten. Zwei Seiten. Nein. Korin A, Korin B, Korin C oder Korin D. Korin D ist das hier. Da möchte ich auch noch auf der einen Seite eine Wand haben. Das heißt, wir nehmen auch hier eigentlich das da. Dann haben wir die Korin auch, genau. Da kann man sagen, no sides. Da auch. No sides. Da auch. Twins. One side A, one side B, C. Oh, genau. Das ist ein Mal wieder. No sides. No. Da sagen wir auch no. Und da brauchen wir jetzt da rüben die Linie. A, B, C, D. Ne, da brauchen wir einen Korin, aber wir brauchen ja oben. Also Korin A. Oh, Banan. Wir haben jetzt gesagt nur die eine Seite. Und da. Dann. Ah, da haben wir es unten aber auch. Können wir aber ändern. One side A, B, C, D. Dann. One side A, okay. No side. Oh, no. No side. No side. Geht nicht. Eine Seite. Da. Eine Seite. Eine Seite D. No sides. No sides. No sides. No. No. Dann. Oh cool. 300% Effekte. So, da möchte ich. Ja, so gefällt es mir. Da möchte ich zumindest links haben. Moment. Ja, so. Ja, so. Das. Da brauche ich one side. Jawohl. Ja, so. One side A. und da brauchen wir wieder Kuhana nan, nan, jawohl und da brauchen wir auch wieder Kuhana nan, jawohl da brauchen wir noch one side one side und da brauchen wir wieder einen Kuhana Mister natürlich der letzte Sende, den ich ausprobiere ich glaube, was da gehört, noch so ein Strich nach unten oder? Ja auf jeden Fall ich denke, so ist dann okay jup warte mal so damit hätten wir doch das auch mal ein bisschen weitergebracht so ah ja, das ist ja schön ich könnte langsam auch mal kochen so einfach da dann haben wir da genug jetzt ist die Frage, wollen wir da auch einen Weg raus machen? und dann bräuchte man ja hier auch wieder mhm lalala bräuchte da vorne auch noch eine Linie, oder? ich bin doch noch nicht zufrieden und zwar machen wir das jetzt so, dass die Linie unten mhm also ne, das war ja die Moment, die war da drüben, glaube ich fangen wir mal dann select model one side c das heißt, jetzt brauchen wir keine nein nein ja und dann brauchen wir da auch einen Corner nein ja und da brauchen wir eine Seite oben genau one side a ja okay dann bleiben wir dabei das ist, denke ich, jetzt okay man sieht, dass was da ist ja gut, die haben alle 300%, das ist super haben also keine Probleme damit ups ich wollte da nicht hoch, dankeschön ja jetzt schaut es hier auch besser aus theoretisch könnte man dann da sogar so eine Verbindungsglas machen aha mal überlegen vielleicht so theoretisch sagt er ich nicht praktisch ähm jetzt bräuchte ich zwei Türen und zwar Double Dole da haben wir sie Craft zwei Stück okay dann bräuchten wir auch die Reinforced da haben wir sie nein, die hier Craft dann Craft Sips nein, nicht ganz so weit nach unten ein bisschen Kristall haben wir sogar noch und zwar eines hieran und eines genauso da drüben da machen wir es symmetrisch dann müssen wir jetzt sagen ganz an den Rand daher Pickup genau wo ist es? da ist es genau dann kann man hier raus und rein gehen und zwar auf beiden Seiten und da drüben brauche ich aber noch Rope Railings oder ich weiß nicht die Rope glaube ich schaut jetzt gar nicht so gut aus wir haben doch diese halben Glaswände oder so aber da mache ich mal jetzt den Kopf bis zum nächsten Mal ich würde sagen heute haben wir halt mal eine kürzere Folge macht auch nichts wir haben so viele längere Folgen gehabt da pullen wir jetzt noch das Metal rüber Advanced Watch aha nicht das Metal Metal Engel genau und sagen dann bis zum nächsten Mal tschüss tschau und püüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.